Hallo und herzlich willkommen zurück, frohes neues und so weiter, es gab ja ein neues Jahr hat man mir erzählt, zu Minecraft Regrowth, ich war jetzt eben ein Weilchen nicht daheim, ich glaube in den Weihnachtsferien war ich, ich glaube ich war keinen kompletten Tag daheim, immer unterwegs, dementsprechend gab es auch ganz so viele Videos, Ust, ich weiß, shame on me. Okay, äh, dafür versuche ich das jetzt mal wieder gut zu machen, indem ich hier mal ein bisschen was aufnehme, muss mir jetzt nur mal wieder zurechtfinden, was ich überhaupt getan habe, die letzten Male, wie gesagt, das ist, äh, mindestens zwei Wochen her, eher mehr, ne, ich glaube ich habe einen Tag vor Weihnachten aufgenommen gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Oder zwei Tage, ich glaube, ne, der Tag vor Weihnachten kann gar nicht sein, es war ein Mittwoch, wenn er einen Tag davor, genau, den Dienstag vor Weihnachten war es, Gott, das war letztes Jahr, ist so lange her. Und jetzt sind wir wieder da, und ich wollte, glaube ich, eine Rolling Machine machen, die ist zumindest hier schon so schön, äh, angedeutet, ich brauche jetzt bloß noch mehr Rex Pay. Ähm, ich werde mal nur speziell dieses Feld abwerden, wofür davon eh nicht viel da ist im Moment, nein, gut. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht, äh, warte mal, machen wir den hier. Und, ähm, ja, und, äh, ich freue mich auf ein, na, shit, warte, das mal her, so. Ich freue mich auf ein, äh, gutes neues Jahr. Äh, äh, nee, hieran muss es, gell? Genau, keine Ahnung, wie weit es schon ist, würdest du gerne wissen. Ähm, ähm, ähm. Und, äh, ja, mal gucken, äh, ich renne genau im falschen Zeitpunkt hier rein. Super. Ähm, kann ich das noch mal nachreichen? Ja, eins für dich, eins für dich, eins für dich, eins für dich. Genau im falschen Augenblick hier reingekommen. Huch, einer hat jetzt nicht. Weißt du nicht welcher? Warte, ich will ihn jetzt nicht aufsaugen, ist es der hier? Ja, der war's. Gut, ich hoffe, das macht jetzt keine Probleme. Ne, da kann man noch ein bisschen mehr machen. So, das ist noch nicht ausgeschöpft, das Bäumchen hier. Ah, nee, ich habe gar kein Holz, äh, gesammelt. Das brauche ich noch für die Rolling Machine. Das eine ist ja noch am machen, die steht ja für Aluminium. Ich kann ja mal die Pistons machen. Was war das andere? Brick Construction Block. Brauche ich da noch welche? Ups. Eine Brick Construction, habe ich die nicht irgendwo angefangen, die zu machen? Brauche ich doch mal da rein. Scheint habe ich die nicht mehr. Gut, ähm. Dann brauche ich in dem Fall Nether Bricks. Ja, aber hier sind noch ein paar gemacht. Kann ich ihn da reinhauen? Ach, ich glaube, ein ganzer Stack kann das sein. Geht das doch schneller? Ne. Ach, machen wir mal den ganzen Stack hier rein. Glaub bloß, dass die Lava nicht ganz ausreicht, aber gut. Äh, ich werde die mal kurz da mit reintun. Ja, weil das kann ich nicht mehr halten. Ich werde jetzt bloß noch Lava brauchen, genau. Zip, 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 zip. Und hier und, nein, hier noch nicht. Da müssen wir kurz warten. Kurz ist, äh, hier relativ. Kann ich gleich die Welt, weil... Lass ich den mal da, damit ich sehen kann, wie viel ich rausnehme. So, jetzt kann ich den füllen. So, Construction Bricks brauchte ich, glaube ich, noch Iron Bars. Was habe ich vergessen? Äh, Construction Block, ja genau, 4, 4. Wie viele Blöcke brauch ich 2? Also brauche ich 1,5, 8. Habe ich doch schon alles. Wunderbar. Das mache ich wahrscheinlich wieder genau verkehrt rum. Ist sogar richtig, okay. So, habe ich 2 von denen. Und, äh, ach, scheiße, Moment. Sorry, ich muss den niesen. Ich habe einfach zu wenig XP. Ah, Gott. Schaut es eigentlich da mit der Futterqualle aus? Die dürfte wahrscheinlich auch schon wieder aufgebraucht sein, weil es haut es jetzt ziemlich schnell weg. Guck mal hier, ich kann ja eh nur das abenden, was fertig ist, oder? Ja. Gut, kann ich einfach, gutes Gewissen ist einfach durchrasen. Ich kriege nur das, was auch wirklich geht. Und, so, dann, das Ganze noch schön zu, äh, Mehl verarbeiten. Habe dir noch was gemacht, jo. Denn, 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 ähm, ja. Ja, gut, jetzt heißt es eigentlich nur noch abwarten. Hier könnte ich eigentlich rausnehmen. Achso, das nutzt aber gleich alles raus. Ja, das kann ich wirklich einfach abwarten und, äh, ab und zu mal Lava nachfüllen. Zapp, 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 zapp. Schaut sich hier mit dem Feuer aus. Ich muss nicht mehr so viel, gell, nur noch 62. Fässer, ich würde dich mal, ähm, wird hier eigentlich noch was gemacht? Oder, zache, ich habe unglaublich viel Zinn. Du darfst hier mal machen. Bin ich aber cool, wie es das hier macht. Büh. Ne, was soll ich sagen? Genau, ich bin mal überlegen, ob ich Ding forsten, es war Thumbcraft, schauen wir mal kurz mal ins Quest. Da habe ich auch schon lange nicht mal reingeschaut. Klick hier, tu start. Oh Gott, das muss ich jetzt recht finden. Was war was nochmal? Ach genau, das war Botania. Das kann ich ja auch mal machen. Mano Pilots Enchantment Table. Die Enchantment Books kriegen. Das ist gar nicht mal so schlecht. What the World Teachers war auch so diese Buchsection. Ach so, das ist die Buildcraft. Das genau, das bin ich ja gerade am machen. What the World Enables. Das, also das war das. Speed Seeds. Ah, so, ach, das ist ja genau, das ist ja die, die hier. Könnte ich auch irgendwann mal machen, aber eigentlich, warte mal. How the World Feel. The way the World Feel is. Und eben beides nicht so richtig in Schwung. Das, das hätte ich ja gerne. Small Rifts. Ach, da steht ja noch was dran. Small Rifts permeate the world around you. Perhaps you can use them in the art of thaumaturgy. Ach, da steht ja immer. Das ist Witchery. Das ist Mysterious. Wirst du das mit dem Leben? Coding the World. Let the seed creations continue. Mensch, man kann doch einfach da lesen, gell? Ja, ich bin zu doof. Gut, ich mache mich eben nicht eindeutig dran, aber Mana ist ja genau Mana Baum, also sprich, Botanien. Entschuldigung, wollte ich jetzt einfach nur noch mal gucken. Ja, jetzt kann ich ja wieder wie ein Wildes ein Headless Chicken umher, aber gut. Gehen wir mal das Bäumchen hier. So. Ich schätze euch da drüben aus. Ach so, genau, das geht ja gerade nicht, weil die Tanks globale voll sind. Der Tank ist ja auch inzwischen voll. Die ganze Maschinerie steht ja eigentlich gerade nur. Das ist ja gut, lassen wir die mal stehen. Habe ich glaube ich damals auch schon gesagt. Halt, ich muss vielleicht auch noch den Baum neu anpflanzen. Irgendwie wächst auch nur der hier. Aus mysteriösen Gründen. Na gut, nehme ich jetzt einfach mal so hin. So, jetzt sind die Haier. Also, die Haier, die Haier. Das Moor of Mine soll auch wieder kommen. Ich weiß bloß nicht. Also heute, ich glaube, die Folge werde ich auch heute rausbringen. Also am 7.1. Ich weiß noch nicht, ob ich das Moor of Mine hinkriege aufzunehmen. Das könnte ich eigentlich, ich könnte nicht das ganze Feld. Ach Gott. Wie gesagt, ich hätte eigentlich gerne das Thumbcraft getönt. Vielleicht schaue ich mal kurz in der Pause. Ich versuche einfach mal, es zu forsten, indem ich einfach mit mit dem, dem, dem. Wo ist es denn? Wir heißen das Ding nochmal. Dichter. Wer heißt du denn noch? Mein Formometer. Einfach mal alles abkrasse. Ne, Gott. So, jetzt habe ich es. Gut, dann schmelze ich mal hier weiter. Ich hätte hier gerne zu der Anzeige. Sie haben so ein Prozent erreicht. Ist nicht. Hab hier nicht, hab ich nicht noch Beeren. Die wachsen auch ziemlich schnell. Bärchen, 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 Bärchen. First Appling, genau. Dipp. Schmeiß hier die Bärchen noch rein, damit ihr noch was passiert. Vielleicht geht es ein bisschen schneller. Let's roll on. Dann kann ich jetzt gucken. Jetzt gucke ich nicht. Dann versuchen wir noch was anderes zu machen. Mal kurz überlegen. Was kann man dann noch sinnvolles machen gerade? Mal kurz ins Büchlein gucken. Das weiß ich nicht. Ich könnte einfach mal zum Spaß, das ist noch das World Teachers anfangen. Obwohl, ne, ich hätte ja noch. Ne, ich kann mal Atemar. Wenn man wirklich was sinnvolles. Nein, den Coding. Ich kann nicht den Coding gewollt. Ich versuche mal hier irgendwie die Seeds hier zu bekommen. Spidey Seeds habe ich. Speed Seeds habe ich noch nicht. Das könnte noch sinnvoll sein. Cinnabar oder Amber. Ach genau, da war doch irgendwie so ein komisches Problem mit Cinnabar und Amber. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Amber Seed. Also, wie mache ich die, brauche ich natürlich irgendwie Amber. Amber erhalte ich, wie ist Amber Blöcke? So ein Stone. Okay, kriege ich den auch irgendwie anders. Dann gehe ich auf den Sins. Nether Amber. Wurde über Cinnabar. Cinnabar, eben aus Cinnabar, bla, oder Stimler. Ich glaube, ich sollte über Amber gehen und dass ich das im Nether finden muss, wie es ausschaut. In Nether gehen. Das wäre auch mal was. Ich würde aber gerne... Oh, wie voll bist du? Scheiße, du bist ja ziemlich voll. Ich sollte mal da was abnehmen. Was bräuchte ich dafür alles? Tipp, tipp. Und das gerade... Ach komm, es ist gleich zwei. Und einen... Und Diamanten. Die man neu wahrscheinlich gar nicht. Weil, krass, wenn ich das fährt kurz hinten ab. Weil wenn ich hier gleich bin, nehme ich das auch gleich mit. Ach, was mache ich denn da? Ich brauche ja... Egal. Das mache ich jetzt ganz ruhig. Moment, Tieftuchatmen. Puh, gut, machen wir kurz vier Diamanten. Brauche ich kurz... Eins, zwei. Ach, shit. Ne. So, jetzt da. Brauche ich mal noch Terras Steel. Ich würde gerne nämlich ein... Ach, wie heißt denn das? Der Terror Blade oder Terror Blade? Terror, Terror... Terror Blade, genau. Das da braucht. Zwei Terror Steel in Gods. Das müsste ich eigentlich hinkriegen mit... dem Mana, das ich habe. Gut. Einmal. Das muss ich nur kurz gucken... Wie viel noch drin ist. Noch nicht ganz, die Menge, die ich brauche. Moment, aber das kann man gleich beheben. Hier gibt es doch bestimmt wieder Brot... Anmasse. Genau. Schmeißen wir die Brot hier da oben rein. Bekommst du hier wieder auch was zu tun? Wo ist es denn? Das suche ich. Das braucht echt lang. Hä? Ihr seid schon wieder am Ende, aber... Wie kann das sein? Habe ich mich in 7 Minuten echt so vertan? Oder gab es da vielleicht Komplikationen und deswegen geht es gerade nicht? Keine Ahnung. Aber wo, wie viel sind da noch drin? 27, das geht ja noch. Ich könnte natürlich auch kurz... Wie viel ist da drin? Warte. Ich könnte auch kurz... Ich habe ja noch ein Mana-Tablet extra komplett gefüllt, weil das Ding mal voll war. Das Mana-Tablet daneben da ein bisschen was reinfüllen. Auf welchem Mod ist es gerade? Äh... So rum. Saug mal dem... Ups. Saug mal dir ein bisschen aus. Achso. Möchtest schon? Jo. Zip, zip, zip. 1, 2, 3. So, dann mach du mal. Ich bringe jetzt Mana-Tablet zurück. So, die anderen beiden Dias. Spuck ich da mit rein. So. Ah, brauche ich noch einen... Hup, hup, den hier. Ah, ich höre, da ist was fertig geworden. Gib, gib hier. Dankeschön. Dann machen wir noch kurz ein Terra-Blade. Aha, Remote... Was? Remote Paranoia. Time to strike. Uh, okay. Pew, 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 pew. Sehr gut. Funktioniert. Ähm... Das war es auch demnach schon für die Folge. Ich habe wieder mal ein bisschen überzogen. So wie immer halt. Er fängt gut an, das neue Jahr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020